So baust du dir einen richtig geilen Hammer. Du suchst dein Holz aus und bringst die Bohlen grob aufs Maß. Danach werden die Teile dann abgerichtet und auf Dicke gebracht. Somit haben wir insgesamt 2x2 Elemente für die Außenseite des Kopfes plus den Kern und noch 3 Schichten für den Stiel. Und der wird als erstes verleimt und muss dicker als der Kern sein. Jetzt werden alle Teile vom Kopf auf die passende Höhe zurechtgesägt. Am Stiel wird ein Zapfen erstellt, der genau die Stärke vom Kern des Hammerkopfes hat. Die äußeren Schichten vom Kopf werden auf einmal abgelenkt und danach brauchen wir zwei Teile für den Kern. Der Kopf besteht insgesamt aus 5 Schichten. Dabei braucht der Kern eine Aussparung für den Stiel. Zum Verleimen wird der Stiel einfach zwischen die beiden Kernstücke gesetzt. Nach dem Verzwingen schlägt man den Stiel einfach raus. Nun wird der Stiel mit einem Radienfräser abgerundet und mit einem Kugelfräser mit Details versehen. In den Stiel werden später Keile eingetrieben. Dazu werden zwei Löcher vorgebohrt und eine Aussparung mit der Bandsäge gesägt. Zur schöneren Optik werden noch zwei Gehrungsschnitte gemacht. Anschließend wird der Überstand des Stiels abgesägt und der Stiel mitsamt der Keile eingeleimt. Den Überstand dann absägen, das Ganze ölen und euer Hammer ist fertig.